Die sind ja auch in den Fenster. Hallo. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ob ich den Stierstädt hin oder her? Glaubst du alleine, dass du alleine die Fetzen gemacht hast? Das sagt doch keiner. Was willst du von mir? Ja, ich hab dir gestern gesagt, Esther, ich hab heute gesagt, Esther, ich kann nicht, ich bin die Kuhle, selber schulden. Ich hab dich irgendwas, was kann ich nicht sagen, gestern, dass du letztens ja vielleicht was dir sagen wollen, ich soll was essen. Oder geht es nicht einfach mal darum, dass du weißt, was ich gerade eben zu dir noch gesagt habe, dann können wir ja getroffen. Dann hab ich doch gesagt, ich kann doch ja machen, weil ich dachte, nein, mein Kopf hier ist rumwürdig. Dann mach ich einfach mal was, wenn du mal kippst, ja, wir gucken uns die Internet und anfangen sie ja auch. Und ich hab auch schon mal was, wenn du mal kippst. Dann mach ich einfach mal was, wenn du mal kippst. Gut, okay, dann lässt du dich nicht gucken, dann hätte ich nicht versuchen können. Aber da hinten 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 ist ja auch noch eine Haulung. Das ist die Schöne. Das ist die Schöne. Das ist die Schöne. Ja, immer. Geht auch nachher. Ich weiß nicht, ob es hier noch gar ist, aber du bist mein zweites Kopf, aber du bist meine Frau. Guck mal, wie ist das denn? Guck, der wohnt da auch noch. 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 Ich habe dir was dazu gesagt. Mehr wie das kann ich dir nicht sagen. Entweder du hast das viel zu oder du hast es hält. Vor dem Heiraten viel zu überlegen, ne? Guck, was sie gehört hat. Vor dem Heiraten viel zu überlegen. Vor dem Heiraten viel zu überlegen. Ne? Guck. 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 Guck.